Ach Gott, ich muss mich heilen. Schnell, 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 schnell. So, wir müssen jetzt ein bisschen was fressen. So, Meierlok-Fleisch. Blablabla, blablabla, blablabla. Das gute Meierlok-Fleisch haben wir Gott sei Dank noch. So. Ach verdammt, sterb doch einfach. Ach, ich bin mir die ganze Zeit geduckt, deswegen bin ich so lang rum. Ich bin ein Menü. Medix. Ah, Weichschalen, Meierlok-Fleisch essen. Blutpaket. Buffout. Ah, was, Deathboy und Tarn. Wilde Punga, wir müssen alles versuchen jetzt. So. Stirb. Stirb. Okay, so tief wollte ich eigentlich nicht sinken. Ich bin aber so tief gesunken, na toll. So, stirb. Stirb. Oh, verarmt. Okay, es wird langsam hart. Richtig hart. Wir haben gar nichts mehr, um uns zu heilen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Fleisch, das ich nicht essen werde, denn da hinten mal Wasser. Wir werden ein bisschen Wasser trinken, das wird schon reichen. Hoffe ich auf jeden Fall. Oh mein Gott, wie gut wird jetzt ein Snickers tun. Ich glaube, Snickers wäre hier so ein Über-Item, so von Hilo plus 5000. Hallo Pungas. Es ist eh voller Schrottname. Punga. Trink schon. Ach, wieder Radioaktivität. Boah. Trink schneller. Besauf dich. Bisschen Wasser kann ja nicht schaden. Naja, dieses Wasser schon. Ja, ja, ich weiß. Strahlenbelastung. Geringfügige Wet. Wet away. Perfekt. Speichern. Und hoffen, dass wir uns dem Ziel endlich nähern. Zu der allmächtigen Punga. Die Mutter aller Püngas. Oder Pungas. Ja, Pungas ist die Mehrzahl. Hallo. Freunde. Hallo. Bitte, 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 bitte. Ja, das sieht aus, als ob wir der Sache näher kommen. Denn hier sind ganz viele Pungas. Punga. 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 Oh, wir haben wieder ganz viele Heil-Items. Oh. Ja, kommt gleich. Okay. Punga. Punga. Erstmal die kleinen pflücken. Punga. 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 Ernte. 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 So, hier bitte. Das sind aber auch hässliche Früchte. So, hier eine ganz große. Obwohl, da waren links noch größere. Bla, bla. Waren es alle? Ja, hier ist alles kahl gefressen. Obwohl, da ist noch einer. Bäms. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt diese Riesen-Punga aktivieren und die Samen hier nehmen. Ah, das sieht aus wie Brombeeren. Höö. Punga-Samen-Kapseln. Na toll. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Und ich kann nichts nehmen? Wieso kann ich nichts mehr nehmen? Da sind doch noch welche dran. Was soll's? Noch mehr dran. Sie können keine weiteren Samen mehr finden. Okay, äh, ich hau mal ab. Ich glaub, mein Typ ist high oder so. Irgendwas war doch da jetzt. Das sieht so stumpf aus. Gibt's hier keinen schnelleren Weg? Ich geh mal nach hinten nochmal gucken. Was war denn das jetzt? Boah, 44. Das ist krank. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal 400 HP. Ach, jetzt geht's. Kann ich nicht aktivieren. Na toll. Hier? Auch nicht. Ach, verdammt. Hier ist kein Weg. Das heißt, ich darf diesen verdammten langen Weg nochmal weglaufen. Ach, fahrt doch zur Hölle. Verdammt, fahrt zur Hölle. Okay, ich drück schon mal Q fürs automatische Rennen. Das wird ja anscheinend länger dauern. Oh, oh, oh. Wackelpuppe-Intelligenz? Sie haben eine Wackelpuppe, der... Der schmollt? Okay, mein Typ ist Zeit. Der schmollt Tag gefunden. Von der nur wenige Exemplare produziert wurden. Die Innenschrift auf dem Sockel lautet... Sie sind schon wieder direkt in die Falle gelaufen. Wie blöd sind sie denn eigentlich? Okay, fahrt zur Hölle, Mann. Fahrt zur Hölle. Hier geht was ganz Merkwürdiges ab. Und da hinten ist noch eine. Schön groß, damit sie auch jeder sieht. Jetzt werden wir mal wieder richtig spezial. Hallo, Stärke. Schmollt Tag, bla bla bla. Aus dieser Lage werden sie sich garantiert nicht herauskämpfen können. Nett. Ich bin da ja anderer Meinung. Ich kann immer noch auf Normal stellen. Du kannst das nicht. Ja. Und da ist grad Blut verschwunden. Egal. Okay, ich werd richtig high. Ähm, Ausdauer. Blablabla. Weiter so. Sie haben ihr Ziel fast erreicht. Wo auch immer dieses Ziel liegen mag. Wahrscheinlich nirgends. Na toll, wir gehen den Weg weiter lang. Was ist das? Eine Säge? Oh mein Gott. Mein Typ fährt sich voll die Filme. Es regnet Nuka-Cola-Quantums. Die explodieren. Ey, unser Typ ist voll high, Mann. Mann. Okay, ich... Okay, ich... Ey, der ist doch voll weg. Ich... Ich höre Ghouls. Unsichtbaren Ghouls. Beweglichkeit. Ist es nicht seltsam, dass alles, dem sie sich... Moment. Ist es nicht seltsam, dass alles, dem sie sich nähern, davonläuft? Ja, ja. Leck mich doch. Ey, wir sind sowas von auf dem Trip. Und die Puppen leuchten auf einmal. Na toll. War ja klar, dass sowas passiert. Okay, wir können jetzt auf Ästen laufen. Okay, Wackelpuppe-Wahrnehmung. Das sieht nicht richtig... Das sieht nicht richtig aus. Ganz und gar nicht richtig. Oh mein Gott. Das habe ich ja jetzt erst bemerkt. Was geht hier ab? Oh mein... Sie gehen auf der Decke. Okay, wir sind sowas von high. Oh meine Fresse. Was ist hier passiert? Schmaltig. Hier wird gerade was im Faden gezogen. Okay. Ich sehe Luftballons. Oh mein Gott. Wo bin ich hier verdammt? Hallo. Charisma. Oh Gott. Wenn mein Kind so aussehen würde, dann würde ich es auch im Stich... Okay. Der ist Assi. Der ist richtig Assi. Also, da komme ich jetzt erstmal nicht drüber weg. Dass wir unsere Mutter jetzt so hier darstellen. Wir nehmen den Teddybär. Können wir nicht. Also, den finde ich richtig gemein. Ich meine, wir kennen ja jetzt die Story unseres Voltlers. Und den finde ich richtig gemein mit der Mutter. Okay, weiter. Ich lasse mich schon sowas nicht aufhalten. Toter Siedler. Armata. Okay. Ältester Lions. Moira. Hallo Moira. Hallo. Okay, der Trip gefällt mir langsam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Glück. Ihre Mutter ist tot und sie leben in einem postatomaren Ödland. Und in dem sie keinen einzigen Freund haben. Tja, sie sind nicht gerade ein Glückspilz. Okay, der ist auch nicht schlecht. Hallo Mr. Bucky. Börk? Okay. Okay. Ähm. Krank. Kurz Ladezeit raus. Okay, wir sind wieder wach. Und wir liegen am Ende dieses hässlichen Teils. Hau ab. Ich hab jetzt keinen Bock auf Zoffmann. Okay, wir haben den absoluten Megatrip hinter uns. Den absoluten Megatrip. Wir werden mal die Schnellreise benutzen. Speichern. Oh Gott, was war das, meine Fresse. Kein Wunder, dass die Eingeborenen alle so einen Hauweg haben. Wenn die sich das Zeug da jedes Mal reinhauen, um aufgenommen zu werden, ey. Die sind ja dauerbreit. Gott, was hab ich da die ganze Zeit für Pungas gefressen, ey. Die müssen... Ey, das gibt's doch nicht. Wir sind an der Decke gelaufen. Wir haben uns richtige Filme gefahren. Okay, bevor uns jetzt einer anquatscht. Das war's jetzt erstmal mit Fallout. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Fallout und Black Hand.